Hi Freunde! Neulich schreibt mir ein Kunde von mir, wann kommt denn eigentlich dein nächstes Kaninchen-Update? Dein monatliches Kaninchen-Update, hat er gesagt. Monatliches Kaninchen-Update? Ich wusste ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass ich monatliche Kaninchen-Updates habe. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hatte ja im letzten Video, wer es gesehen hat, angekündigt, dass meine Video-Qualität oder überhaupt das Konzept YouTube etwas besser ausgebaut werden soll im Jahr 2020. Und warum soll ich bis 2020 warten? Ich kann ja jetzt schon mal damit anfangen. Und das ist jetzt so ein Anfang, beziehungsweise eine Idee, die ich habe aufgrund seines Kommentars. Es wird jetzt ab sofort jeden Monat ein Kaninchen-Update geben. Wie findet ihr das? Und das könnte ich ja nicht nur mit den Kaninchen-Updates so machen, sondern grundsätzlich mit anderen Sachen auch. Dass ich jeden Monat mindestens ein Video, beispielsweise ein Bauvideo mache, ein Pferde-Video, ein Kaninchen-Video. Ja, und dann ist die Zeit schon rum, die ich habe. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Mit Kaninchen fange ich zumindest an. So, hier hinten hat sich nicht viel getan. Warum? Ja, schaut mal das Wetter an. Das ist ja miserabel. Also, das geht gar nicht. Ich habe die letzten Tage hier nur Regen gehabt. Dann war es auch richtig kalt. Ja, ich muss ja hier Bretter dran bauen, die will ich streichen. Und deswegen habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, nee, das bringt nichts. Da geht die Farbe wieder ab und so. Deswegen habe ich hier nicht weitergebaut. Tut mir leid. Aber sobald das Wetter es wieder zulässt und ich dann auch hier bin, werde ich primär an diesem Gehege weiterbauen. Ich war aber trotzdem nicht untätig. Die, die meine Videos verfolgen, wissen, es gibt jetzt wieder Heuhäuser. Ja, ich habe ein paar Heuhäuser gebaut. Ein paar sind wieder verkauft. Also lange werden die nicht reichen. Wer die unbedingt haben will, bevor mein Online-Shop online ist, der sollte sich halt, sage ich mal, per WhatsApp bei mir melden. Und dann kann man das halt auch so kaufen, ohne dass man das über einen Online-Shop bestellt. Ja, das funktioniert auch. Mache ich schon eine ganze Zeit lang. Aber auf Dauer geht es natürlich so nicht weiter. So, fangen wir mal mit dem Update hier an. Da befinden sich ja meine ursprünglichen Ställe, die ich ja ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere gebaut habe. Hier, das ist der sogenannte Eckstall-Prototyp. Oben drei Quadratmeter, unten drei Quadratmeter. Kann man so mit Sheeten abtrennen, wie man das möchte. Und hier befinden sich meine Rammler, die nicht kastriert sind oder noch nicht kastriert sind. Weil den einen oder anderen werde ich wahrscheinlich kastrieren. Denn die habe ich bis jetzt immer so für die Weiterzucht verwendet. Du wirst noch nicht kastriert. Mein Apollo. Weil du sollst nämlich, ja, ich denke mal, bald mein Fienchen decken. Und das wird bestimmt ein richtig toller Wurf. Da habe ich ja schon einiges als Nachfrage. Apollo ist mein schönster Rammler, würde ich jetzt sagen. Er ist auch wirklich ziemlich zutraulich. Wie man sehen kann, lässt er sich sogar anfassen und streicheln. Da gibt es ja bei der Hasenbande so ein Kaninchen. Das heißt Two-Face. Könnte man jetzt bei denen auch so machen. Aber er heißt jetzt schon mal Apollo. Aber ich finde das cool, dass er hier so komplett eine, ja, zwei Gesichtshälfte hat. Hier gibt es da so die Trennung. Genau mittig. Und deswegen habe ich den damals von einer Zuchtausstellung mitgenommen. Den wollte keiner haben. Warum auch immer. Ich bin total glücklich, dass ich ihn habe. Meine Videos sollen ja nicht so lang werden. Deswegen machen wir jetzt gleich mal weiter mit dem Pua, der sich genau oben drüber befindet. Der Pua ist ja auch ein Zuchtrammler. Den wollte ich halt immer mal wieder zum Decken nehmen. Hat er ja auch einmal gemacht. Es gab auch super tollen Nachwuchs. Aber ich denke, das reicht. Ich werde ihn kastrieren lassen. Und dann kann er mitten die Gruppe von den Kaninchen, die jetzt draußen sind. Übrigens, wer es nicht weiß, die anderen Rammler kommen dann auch nächstes Jahr raus. Weil ich dort halt neue Außenbereiche bauen möchte, wo die Rammler auch die Möglichkeit haben, die Wiese zu nutzen. Pua ist so ein ganz Verschmuster. Da hängt immer ein Kopf raus und möchte immer gestreichelt werden. So, und hier unten, das ist meine Gisela. Und da müssen wir jetzt mal die Tür hier rummachen, damit sie nicht abhaut. Erkläre ich euch gleich, warum. Ich habe nämlich noch zwei Rammler, die möchte ich euch jetzt noch mal kurz zeigen. Den hier wollte ich ja immer mal verkaufen. Den habe ich ja auch bloß übernommen von jemand, der seine Zucht aufgegeben hat. Und ich dachte mir, ich werde vielleicht mal mit diesen Rexkaninchen züchten, weil ich diese Farbschläge extrem cool finde. Das nennt sich Dalmatiner 3-farbig. Und das hier ist der Prinz Eisenherz. Der lässt sich nicht so gerne anfassen. Also, man kann ihn zwar anfassen und streicheln, aber er ist dann nicht so begeistert. Er schreckt jedes Mal zusammen. Ein wirkliches Schmuckkaninchen. Ich denke, der ist schon drei Jahre alt oder noch älter. Also nicht mehr der jüngste. So, wieder zumachen. Der Mini-Bounty. Den habe ich ursprünglich mal von der Romina. Vielleicht kennt ihr sie. Gibt es auch einen YouTube-Kanal. Mini-Bounty ist zwar nicht ganz so extrem zahm, also wenn man ihn anfasst, dann reißt er meistens aus. Aber schaut mal, wie hübsch der ist. Er hat schon zweimal RHD überstanden. Und das bevor er geimpft war. Jetzt ist er ja geimpft, wie alle anderen Kaninchen auch. Ja, das kleinste Kaninchen hat hier so ziemlich mit dem meisten Platz von diesem Eckstall. Weil der hat ja die gesamte Eckfläche und dann noch diesen gesamten Seitenbereich. Ja, einfach nur, weil er das so immer schon gewohnt war. Aber ich sage euch, der rennt auch nicht viel mehr rum, als das zum Beispiel Apollo macht hier drüben. Der hat ja nicht ganz so viel Platz. Ja, das macht glaube ich keinen Unterschied, ob man so viel Fläche hat oder so viel Fläche. Es ist gleich bescheiden. Also diese Boxenhaltung ist halt nicht ideal für Kaninchen. Und ich strebe das auch nicht mehr an. Ich möchte das sozusagen beenden. Ja, wo ich angefangen habe, war ich ja der Meinung, dass es viel Platz, was wir haben, habe ich extra diesen Stall vorgestellt, um euch zu zeigen, wie viel Platz meine Kaninchen haben. Aber dank euch oder dank YouTube bin ich ja nun auch etwas schlauer und habe ja gewisse Experimente und Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, dass Kaninchen in solchen Boxen sich nicht wirklich wohlfühlen. Also das kann man nicht vergleichen mit zum Beispiel Kaninchen wie meine Gisela ist, die jetzt gerade wieder flüchtet, obwohl sie eigentlich auch total zahm ist. Aber irgendein Problem hat sie gerade, weil sie auch vor sich hin strampelt. Gisela, was ist denn los mit dir? Ne? Das ist nämlich mein derzeitiges einziges Freilandkaninchen. Und ich habe auch jetzt nur die Tür rum gemacht, damit sie nicht abhaut, bevor ich sie filmen kann, weil sie darf nämlich, wer es nicht weiß, hier raus. Und, ups, kann dann einfach mal hier so lang hoppeln. Meistens läuft sie dann den Weg da runter und verschwindet irgendwo da hinten. Sie könnte auch den Weg hier hoch hoppeln und da oben auf der Wiese oder da hinten raus, da ist ein Feld, voll viel grünes Weizenzeugs ist da drauf. Macht sie aber nicht, ja? Die Gisela ist nur in diesem Bereich, die fühlt sich total wohl und sie sitzt ganz oft da auf dieser Mauer. Also das ist ihr Lieblingsplatz, da diese Mauer, da in der Ecke und dann liegt sie einfach da und das vor sich hin. Wo ist sie denn jetzt wieder? Na Gisela, deswegen wollte ich jetzt mal behaupten, du bist hier das glücklichste Kaninchen. Das Einzige, was natürlich jetzt doof ist, du hast jetzt momentan keinen Partner, weil deine Freundin, die Steffi, die ja auch draußen frei rumrennen durfte, die ist ja zu weit ausgerissen und die musste ich ja irgendwann einfangen, weil der eine Nachbar hat ja gedroht, sie zu schlachten, wenn sie wiederholte Male bei ihnen auf dem Grundstück sein sollte. Solche Nachbarn habe ich, ne? Sagst du dazu. Ich sage genau nichts dazu. Ich finde das doof, deswegen bleibe ich immer bei dir. Ja, die Gisela, die möchte ich demnächst mal filmen, da brauche ich aber Zeit, weil ich muss die beobachten. Die verschwindet abends immer, also die ist dann nicht mehr hier und auch nicht auf der Mauer, sondern die ist irgendwo weg und ich weiß nicht wo. Das heißt, die ist jetzt nicht nur tagsüber draußen, jetzt ist sie gerade wieder rausgegangen, sondern nachts auch und das schon seit mehreren Wochen und ich habe keinen Plan, wo sie sich aufhält. Ich vermute mal, dass die unten in der Scheune ist, weil da hatten die ja diese Gänge gebuddelt. Ja, aber ich muss es halt mal kontrollieren oder irgendwie erforschen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall geht das scheinbar gut. Es gab noch keine Probleme mit Matta oder irgendwelche Füchse oder so, obwohl die hier auf meinem Grundstück vertreten sind, das weiß ich, habe ich schon hin und wieder gesehen. Gisela, das ist dein Stammplatz. Da sitzt sie ganz oft und manchmal schläft sie da auch. Irgendwie gefällt dir das da oben auf der Mauer. Ja, das, was ich in meinen Videos am meisten zeige, weil das ja am vorzeigefähigsten ist, obwohl das ja auch bloß ein Provisorium ist, das ist nämlich so ein Hundezwinger mal gewesen, da hat ja ein Sturm mal die Bäume, die da draußen standen, umgeschmissen. Große Bäume und die haben hier oben das Dach zerstört und ich habe es immer noch nicht geschafft, es zu reparieren. Ja, das muss dann unbedingt passieren. Es regnet da nämlich rein, ist nicht so ideal. Ich will das eh komplett oben alles neu machen, deswegen stört es mich jetzt nicht so sehr, aber die Kaninchen sind halt noch da drin. Außer Fienchen, mein schönstes Kaninchen, das ist jetzt hier gerade draußen, warum auch immer. Hier draußen ist eigentlich ein Schmuddelwetter, aber sie ist halt öfters draußen als die anderen, habe ich den Eindruck. Ne? Aber jetzt geht sie auch rein. Ich glaube, ihr gefällt es doch nicht so gut hier draußen. So, dann schauen wir mal hier rein. Ich habe heute extra alles sauber gemacht, nur für euch und deswegen sind auch die Kaninchen hier drin. Das ist übrigens die Steffi, von der ich vorhin berichtet habe. Sie war auch eine Zeit lang als Freigängerkaninchen draußen unterwegs, konnte tun und lassen, was sie wollte und das hat sie auch getan. Da habe ich dieses Jahr auch ein Video gedreht, oder habe ich das gedreht? Ne, ich habe es gedreht. Da habe ich nämlich gefilmt, wie die Steffi da runter rennt, die Straße und bei den Nachbarn halt reingeht und so. Ja, und das geht halt nicht. Das funktioniert nicht. Also, so schön das ist mit dieser Freilandhaltung und ich beweise es ja euch immer wieder, dass die Kaninchen zurückkommen, dass die gar nicht gewillt sind auszureisen, aber die Gefahren sind halt zu groß, wenn die Kaninchen das Grundstück zu weit verlassen. Es gibt den ein oder anderen Nachbarn, der sich daran stört. Schienchen, was machst denn du jetzt hier unten? So, hier habe ich noch ein Rexkaninchen aus eigener Zucht. Das ist eigentlich ein Inzuchtkaninchen und ich habe es behalten, weil es mir besonders gut gefallen hat und weil ich einfach mal wissen wollte, wie sich dieses Kaninchen entwickelt. Ja, das war nicht geplant mit der Inzucht. Ich konnte da auch nichts dafür. Da gibt es auch Videos auf meinem Kanal. Das Kaninchen hat noch gar keinen Namen. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal noch einen Namen einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Menge Vorschläge von euch bekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir einen auszusuchen. Ich habe halt meist wichtigere Dinge zu tun. Auch namenslos ist das hier oben, was sich da auf diesen Samerberger Wiesenheu bequem gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das sollte auf jeden Fall ein Löwenköpfchen sein, also Zwergkaninchen. Löwenköpfchen ohne Löwenkopf. Also minimal sieht man das mit diesen Herrchen. Ist nicht wirklich zahm. Ja, man muss es halt in Ruhe lassen. Aber ich finde, es sieht hübsch aus mit diesem rötlichen Fell. Na, und jetzt ist es gewillt auszureißen. Es ist halt kamerascheu. Wen habe ich denn hier noch anzubieten? Ich glaube, sie versteckt sich hier. Hier ist es auch ziemlich dunkel. Ihr könnt sie kaum erkennen. Zumal auch das letzte Kaninchen, was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, sich auch hier drin versteckt. Und das ist übrigens der Chef, habe ich den Eindruck. Also so fast der Chef. Ich weiß nicht genau, entweder sie, das ist nämlich meine Eva, mein braunes Kaninchen. Auch wenn man es jetzt nicht als braun erkennen kann, kann man es hier besser sehen. Na, auf jeden Fall sieht man jetzt hier die Rapunzel. Rapunzel ist auch aus meiner eigenen Zucht. Und die ist schon sehr lange bei mir. Ja, so ein Mischmaschkaninchen. Sieht zwar aus wie so ein Genderbartkaninchen. Aber es ist einfach nur ein Mischmasch. Und die Eva, mein braunes Kaninchen. Ich darf nicht mal sagen Eva Braun. Weil viele verstehen den Spaß nicht, der dahinter steckt. Und deswegen sage ich mal Eva, mein braunes Kaninchen. Ist zwar dasselbe, aber egal. Eva, das ist halt eine reinrassige Zwergwetterhesin. Die ist halt ein bisschen aggressiv, habe ich den Eindruck. Die versucht halt immer den Chef zu markieren. Aber sie ist halt ziemlich klein. Und gerade bei der Steffi hat sie es wirklich schwer. Und Steffi übrigens ist die beste Freundin von meinen Fienchen. Ja, das ist ja hier so ein bisschen das schwächste Kaninchen. Aber da Fienchen und Steffi sich so gut verstehen, hat Fienchen es hier total leicht. Und alle anderen Kaninchen akzeptieren es. Na Steffi, du passt immer schön auf Fienchen auf, ne? Schau, hier ist deine Freundin Fienchen. Renn mal zu deiner Steffi. Los. Zack. Lauf. Lauf Fienchen. Oder Steffi, komm her. Schaut mal, die beiden haben sich wirklich lieb. Und wie cool das ist, ne? Das große Kaninchen und das kleine Kaninchen nebeneinander. Du hast ja so richtige Segelrohren. Dass du noch nicht abgehoben bist, wenn hier die Windböen kommen, wundert mich. Ja, die Steffi ist eigentlich auch ziemlich zahm. Fienchen geht so. Also wenn man sie streichelt, haut sie meistens ab. Oh. Meistens halt. Und bei Steffi, naja, ist auch so. Manchmal geht es wie jetzt. Und manchmal halt nicht. Hier hat sie bestimmt mal eine Verletzung am Auge gehabt. Deswegen sieht das hier so ein bisschen komisch aus. Aber ich finde es toll, dass die so zahm sind. Weil das genau das ist, was ich gerne möchte. Zahme Kaninchen. Hui, es ist gar nicht so einfach, das Video kurz zu halten. Wir haben nämlich noch zwei Kaninchen. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Na, ihr zwei ziemlich gleich aussehenden Kaninchen. Pablo und Bruno. Das ist Bruno, das ist Pablo. Ja. Hier. Hi, Pablo. Auch alles hier schön sauber gemacht heute. Außer hier hinten die Ecke. Das Stroh war noch relativ gut. Ich muss ja gestehen, die sind immer noch nicht kastriert. Ich wollte es letzte Woche machen lassen, aber bin nicht dazu gekommen, ja. Ich bin jetzt eine Woche auf Montage und dann habe ich mir vorgenommen, dann wird das endlich passieren. Denn der Bruno soll mit der Gisela zusammen raus. Ja, das sind halt zwei große Kaninchen. Also er ist auch ein deutscher Witter. Und deswegen, ich finde das gut, wenn man das halt mit großen Kaninchen macht. Dann sind halt die Gefahren der Fressfeinde nicht so groß. Wobei der Pablo ist auch relativ groß geworden. Das ist ja ein Nachwuchs vom Mini-Bounty. Man glaubt das kaum. Und die Gisela war, glaube ich, die Mama. War das Gisela die Mama? Ich verliere immer den Überblick bei mir. Ja, Pablo, der hat mir besonders gut gefallen. Deswegen habe ich ihn auch behalten. Wenn sie könnten, würden sie natürlich rausgehen zu den Weibchen. Können sie aber nicht. Oder Fienchen würde auch gerne vielleicht reingehen zu den Rammlern. Das wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo Fienchen wirklich gedeckt werden könnte. Weil sie scheint daran interessiert zu sein. Aber das ist alles zu stressig zur Zeit bei mir. Und deswegen, ich will mal das Ganze ruhig angehen. Ich denke mal, im Januar werde ich sie decken lassen. Und dann, ja, so Ende Februar habe ich dann halt Nachwuchs. Und dann mal schauen. Und Fienchen, was sagst du dazu? Möchtest du lieber den Pablo als Papa von deinen Kindern haben? Oder soll der Apollo der Papa werden? Aber Apollo passt mehr zu dir, weil das nämlich auch ein Zwergwetter ist. Und guck mal, wie schön das Fienchen aussieht. Ist das nicht wirklich hübsch? Also nicht nur die Farben, sondern auch die Kopfform, alles. Da passt einfach alles. Hier vorne das Weiße. Meine kleine Süße, du. Ich glaube, die Videozeit, die ich mir vorgenommen habe einzuhalten, ist wieder am Ende. Deswegen muss ich es leider wieder tschüss sagen. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Jörg.